Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge Green Hell, ich hatte gerade schon wieder Angst, dass ich eine Halluzination habe, Minja ist natürlich auch dabei. Ja, ist keine Halluzination, ich bin da. Ich gehöre immer rascheln, links, rechts, da kriege ich dann zu viel. Ich habe mir schon wieder irgendwas eingefangen. Den Magen mit, okay. Mhm, klingt gut. Und einen Knochen. Sonst, wenn ich da draufhacke auf den Kadaver, kriege ich dann... Ne, gut, mir ist immer noch gut. Ich suche halt immer noch einen Stein, einen großen. Einen großen Stein, ja gut. Ich habe unten einen hier am Wasser, findest du die? Also auf diesen, am Ufer und auf diesem großen in der Mitte, da findest du auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal eine Lanze, hätte ich beinahe gesagt, einen Speer und jag jetzt welche von den Wutzen. Und wir müssen Verbandspflanzen finden. Ja, unbedingt. Tabakblätter, Verbandspflanzen. Genau, damit wir die heilen. Und wie macht man nochmal eine Fackel? Ist das ein Seil und ein dicker Stock? Das müsste ja angezeigt werden, oder nicht? Ja, ein Seil und ein dicker Stock. Übrigens, Lagerfeuer zieht Außerirdische an, hätte ich fast gesagt. Löwen an. Ach. Brauchen wir noch aber. Ach, die sollen nur kommen. Was meinst du, wenn wir uns so fertig? Die sollen kommen. Anzüllen. Ah. Hungry. Der sagt, ich bin hungrig. Ähm. Ich bin ungehaben. Wie war das mit dem, da war es mit dem Stein, gell? Herstellen. Den guten Speer mache ich mit dem, mit dem Seil. Aha, sobald irgendein Regen brauchst du nicht, scheiße. Ein Lizard. Wie macht man? Ah, einen scharfen Stein, ne? Da muss ich jetzt erstmal einen scharfen Stein herstellen. Ja, mit zwei, ähm. Mit zweien ist das? Zwei Steine brauchst du dazu, ja. Herstellen. Steinklinge. Ob ich habe, ich habe doch eine Steinklinge, dachte ich. Ja, genau. Habe ich eigentlich schon. Na, egal. Ich brauche ja eh als Messer. Steinklinge. Stöckchen und Seil. Macht Steinspeer. So. Nice, Ovid. Achso, kann ich nicht aufnehmen, weil kein Platz. Was mache ich jetzt weg? Die Steinklinge mache ich hier hin. Den Speer da. Dann haben wir auf der 3 den Speer. Soll ich so ein Gürteltier? Ist scheiße, oder? Wenn dann so eine Wutz. Oder? Ach, ich bin nicht erst beendet. Also. Ja, hat es direkt gerissen. Die Wutz? Ja. Schön. Sie ist schön. Ich muss bald schlafen wieder. Ich nehme sie auseinander und bringe sie mit. Sie ist zwar voller Blut, aber... Was ist denn, wenn ich jetzt noch ein Gürteltier mitnehme hin? Wird doch nicht schlecht. Ich hätte auch noch eine Wutz holen können. Oha. Jetzt haut er ab mit meinem Speer. Nein, Gürteltier. Er ist bei den Schweinen besser. Da triffst du direkt den Kopf. Wenn die Wutz hier ist, ich probiere es, oder? Dann kommt mir ein anderes Gürteltier entgegen. Na toll. Das ist mein Speinsperr. Wir sind doch direkt am Strand übrigens. Also der Strand ist nicht weit weg. Ja, das ist gut. Das ist gut. Da können wir auf jeden Fall mal einen Ausflug in machen. Aber ich will jetzt erstmal eine Grundlage der Behausung haben. Weißt du, damit wir da... Sehr gerne, sehr gerne, ja. So, ich wasche mich noch schnell. Dann bringe ich das... Oh, ich bin völlig überladen. Willst du mal runterkommen zu mir bitte, dass du mir das Fleisch abnimmst? Ja. Du kannst ja direkt einfach runter südlich laufen, dann ab ins Wasser hüppen. Ich sehe dich, sehe dich. Nee, das meine ich nicht. Nee, da würde ich nicht runterhüppen. Das ist... Ich muss mich waschen. Vielleicht kann man ja noch einen Stein mitnehmen. Die Lehmgrube können wir fertig machen. Oh, warte. Noch einmal waschen. Und der schläft gleich ein. Aber wir gehen jetzt schnell hoch, werfen das Feuerchen an. Ich hoffe, das klappt mir noch von der Zeit. Ähm, hier. Zwei Stück Fleisch. Wie machen wir mal den Egel runter? Oh, ich bin immer noch zu schwer. Warte mal. Ach, das sind die Knochen. Was ist denn mit dir los? Egel. Du egelst dich, okay. Okay, du musst nichts waren, die Knochen. Ich war einfach mit Knochen voll. Okay. Sag dir noch einen Fisch. Probieren zu fangen? Ähm. Nee, ich muss schlafen. Ja, ja, so geht es mir auch. Also ich würde sagen, wir legen uns erstmal hin, ja. Oder erstmal was essen. Hier ist noch ein Tannenzapfen. Ja, und dann schläft sich besser. Naja, ein bisschen was, bevor du aufwachst, und der Magen knurrt wie Sau. Macht sich immer nicht so gut. Im Tagesablauf. Wie einen Fernseher auf den Kopf kriegen. Passt auch nicht im Tagesablauf. Was? Ja. Oder? Ich brauche jedenfalls Fleisch. Das kriegen wir auch durch. Ich brate noch das Fleisch schnell durch. Eins. Und die Kokosnuss. Ich habe meine Bitten nicht aufgefüllt. Naja, gut, ist nicht so schlimm. I'm so hungry. Ja, ja. Könnte sein, dass es nicht reicht. Warte mal, ich ziehe mir was anderes rein. Äh, ja. Kannst du mich kurz aufwecken? Ja, warte. Ja, mache ich zuerst. Danke. Ich hätte einen Zapfen. Wie, wie hungrig bist du denn? Maggert er die bei dir schon die ganze Zeit? Hm. Ja. Nee, noch nicht. Also, ich bin, äh, Protein ist bei mir ein Problem. Schaffst du das zu warten, bis das Fleisch fertig ist? Ja, das schon. Wegen schlafen und so weiter? Ja. Ich müsste vorher waschen. Wie ich erst waschen und dann? Ich kann mich hier nicht so waschen, im Regen. Ja, im Regen müsste auch sauber werden. Zumindest war das bei mir so. Ach, stimmt. Geht langsam runter. Stay away. So, ich schlafe jetzt gleich ein. Kannst du dir aufs, nimmst du das Feuer, äh, Dings raus? Aber warte mal, ich lege mich jetzt einfach hin. Du bist ja noch wach. Ja, ich bin noch wach. So. Sehr schön. So, und dann bitte Fleisch essen. Ich bin durch, bis morgen früh und singen. Achso, ist noch nicht fertig. Es ist eigentlich ganz gut, dass wir nicht gleichzeitig schlafen, weil wir nicht den kompletten Tag verpennen. Ist man dann gleich ausgeruht? Ja, ja. Das ist eine große Frage, okay. Achso, nee, stimmt. Wahrscheinlich schläft man länger, wenn man zusammenschläft. Hand in Hand. Okay, wir schlafen einzeln. Nur im Wechsel. Alt? Oha. Bin wach. Was ist passiert? Ich habe Alt gedrückt. Und deine linke Maustaste. Ähm, okay. So ganz leicht aus... Nein, jetzt ist das Fleisch genommen. Ich nehme, ich nehme das Fleisch. Nein, 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 nein. Geht nicht. Die fängt wieder von vorne an, ne? Was denn? Ich habe das Fleisch vom Dings runtergenommen. Danke. Wie war das denn mit dem Alt? Was meint er denn? Alt und dann... hineinstecken. Nee, so geht's nicht. Was ist denn mit dem Alt? Oder muss man... Ach, man kann den Stapel des Holzes direkt auf die Fläche ziehen. Alles klar. Ich leg mich hin. Mach das. Später. Pack noch Fleisch. Das Fleisch hast du gegessen, ja? Ja, jetzt habe ich gegessen, genau. Okay. Jetzt liegt noch da. Das hat ja im Inventar gehabt. Einzig noch da. Dann ist aber jetzt auch resettet worden. Ja, ja, es ist resettet worden, leider. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Mhm. Okay. Ich bin ausgeruht. Wir können uns natürlich auch zusammenlegen, dann geht die Zeit schneller rum. Wobei, dann verbrennt das Fleisch, das ist auch doof. Nein, nein. Schlaf du dich mal aus. Ich bin... Ach. Alles gut? Ich bin richtig fett. Sehr gut. Kann man bauen. Wir sollten mal eine Kiste machen, oder? Jute Idee. Das war da so, äh, nicht untersuchen, ist doch gar nichts los. Hau auf. Lagerkiste meinst du? Stock, Lehmziegel aber. Da müssen wir unten das Ding fertigstellen. Er lebt hier ja schon, lebt hier. Aber erst mal das Essen. Ich habe null Leben und es ist irgendwie kacke. Langer Stock oder langer Bambusstock und ein Seil ist ein Bogen. Da könnten wir nochmal zwischendurch. Ja, den Bogen hätte ich. Einen Bogen kann ich hier geben. Pass auf, ich nutze eh den Bogen nicht. Hier. Ich droppe den Bogen. Mache ich mal auf die Eins. Den Speer, auf die Zwei, die Axt und auf die Drei. Habe ich mich auch nicht gemacht. Ich habe mir die Waffen, ähm, händisch gewechselt. Echt? Mhm, ich habe das nicht, ich habe das nicht so Sender gehabt. Verstehe. So, Fleisch fertig. Nice. Mache ich direkt ein neues drauf. 60 Proteine. Hier läuft es doch. Wie kriegen wir das rechts oben? Das ist fett, ne? Oder? Linke meinst du? Äh, nee. Rechts ist, äh, rechts oben ist Kohlenhydrate. Ah, das brauche ich. Da helfen die Nüsse. Es kommen Viecher. Es kommen. Was kommt? Oh Gott, der hat mir voll einer gegeben. Der Wanderfanger. Ist da ein Spieler? Äh, der Eingeborene? Ja. Ich sehe keinen. Oh nein. Echt? Nee. Siehst du ihn immer noch? Tatsächlich, ich sehe ihn, aber er bewegt sich nicht mehr. Uff, ja, ich kann nicht, willst du einen Steinsperr haben von mir? Ich zünde ihn einfach an. Mach mal. Vielleicht sehe ich ihn ja, wenn ich dran bin. Ist er da? Stell ich ihn rein? Nee. Er steht hier jetzt, genau hier jetzt. Hinter mir, ja, genau. Willst du weiter nach rechts? Ja, steckst du ihn rein, ja. Kannst, bist du wieder geistig degeneriert? Aua! Oh, Schiss. Ja, das ist ja geil. Schlag ihn mal. Ich glaube, beim letzten Mal hab ich ihn gesehen, als du ihn geschlagen hast. Ich muss irgendwas nehmen, womit ich ihn auch wirklich fuhre. Willst du mal einen Speer haben? Ja, gib mal kurz den Speer her. Oh nee. Wo ist denn der hin? Der liegt hier vor mir. Oh nee, ich sehe ihn nicht. Doch, hier. Ach, nimm. Kann ich nicht. Ja, du hast keinen Platz frei. Nee, kann ich nicht, weil du, ja. Achso, ich guck weg. Einfach weg damit jetzt. Werf den Bogen weg, Mann. Ja, hast recht. Schwebt der Bogen hier. Und gute Nacht. Der lebt noch. Ich wollte gerade sagen, ich hab nicht sterben hören. Hat er den Speer mitgenommen? Ja, der ist auch. Jetzt hängt er hier rum. Oh, ist der nett. Es hat sich angehört, als hetzen erwischt oder hat er dich erwischt? Was hat gerade geknackt? Sein oder dein Kopf? Es war sein Knopf. Äh, Kopf. Sein Knopf hat er. Ich mach mir einen neuen Speer übrigens. Kannst du ihn behalten. Cool. Er ist schon benutzt und hat schon im Eingeborenen drin gesteckt. Ist jetzt nicht so geil. Zeig dir aus dem Arsch jetzt. Was mach ich denn jetzt mit der Leiche? Da kann ich dir nicht helfen. Da weiß ich nichts von. Hab ich nicht mitgelegt. Was machen wir denn jetzt mit der Leiche? Ja, weiß ich nicht. Der bringt mir nicht weiter. Vergammeln lassen, oder? Wir nehmen nicht auseinander. Weiß ich nicht. Ist Menschenfleisch schlimm? Ja, du machst auf jeden Fall geistig. Warte, du dir nicht sage, was es ist. Hm. Ha? Können wir mal drüber sprechen? Nehmen wir den wir drunter. Nehmen wir den Baumscheid mit. Ja, wäre noch irgendwo einer. Warte mal. Hier war noch einer. Da vorne. Hier ist noch ihr kochtet Fleisch. Nehm ich. Ich hab den anderen Baumscheid. Ich würde eh ein Fleisch essen wollen. Ja, mach doch. Dann hau ich noch eins auf den Grill. Gibt 60 Brudine. Sie haben es halt hervor. Oh, voll. Mir geht's. Ich bin ein Tonschuh. Die Lakomodilakomodilakomotive. So, ich hab noch was draufgelegt. Hast du beide mit? Ja. Okay. Ich bin ein Bär jetzt. Volle Energie. Voll Horror. Jetzt hat er es ja mitgenommen, der Blödarsch. Ist mit mir? Ne, die Kokosnussschale, die wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. So, wie viel so weit sind wir denn? Oh, fast voll. Einer fehlt noch. Ich bin fast voll mit dem Wasser, ne? Ja, ja. Bin auch nicht schlecht. Ah, noch einmal. Dann. Jetzt. Voll. Ne, noch nicht ganz. Irgendwas piept. Proteine brauche ich irgendwie. Bär jetzt Fleisch gewesen. Ne, oben das. Was ist dann dann? Kohlenhydrate hast du gesagt. Kohlenhydrate. Die Nüsse sind Kohlenhydrate auf jeden Fall. Die Nüsse. Wann mal, da hatte ich glaube ich noch welche, oder? Ich esse jetzt erstmal die gekochte Schnecke. Was macht man denn die Tierextremente hier? Ne, hab ich nicht mehr. Ich hab Maden. Vielleicht die? Ne. Ne? Okay. Ne. Ich brate trotzdem mal welche, weil... Ach, die werden aber nicht verdingst. Die werden nicht verbraucht. Ich hab so al dente gekocht. Das ist ein bisschen crunchy. Ich komm runter mit dem Bitten, oder? Ja, ich suche noch so einen Baum mit dem, äh... Brauchst du noch so einen Dicken? Ja, so einen Dicken, genau. Soll ich den mitbringen? Kommst du alleine, sagst du? Ne. Ja, genau. Also, findste ihn? Oder soll ich... Ah, ja, ja, ja. Ne, ich hab hier einen Baum. Okay, alles klar. Hier liegt einer nebendran im Busch. Okay. Na denn. Dann lasse ich mal, speich mir die Energie. Ja. So, ich... Das Fleisch ist gleich fertig. Ich hol dich. Ich nehm es erst aus dem Feuer, dann komm ich runter. So. Die la 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 la. Die la la la. Hör sich gut aus. Satt. Alles gut. Kein Wurm drin, weil endlich mal pennen. Also, ich find die letzten beiden Folgen... Das ist ja fast... Ein Träumchen, oder? Zu einfach. So, ich komm runter und befüll deinen Teil da, oder? Klingt auf mich schwierig, aber ja. Ich komm runter und befüll mal deinen Teil. Komm her. Können wir schon mal machen. So. Okay. Ich bräuchte jetzt eigentlich nur mal so einen großen Stein, dann könnte ich meine... Ich könnte die Steine geben. Nee, einen großen brauche ich. Achso, den hab ich zerrissen. Sag mal beim nächsten Bescheid. Hast du hier... Ich denk, du hast den Baum schon gefunden. Wo ist der denn? Ich denk, du hast einen gefunden. Du hast gesagt, hier liegt einer rum. Deswegen hab ich aufgehört, den Baum. Nein. Ich hab verstanden, du machst. Aber der sagt, ich spare mir meine Energie. Na geil. Okay. Unbekannte Blume getrocknet. Hier hat er was gezischt. Jetzt guck ich doch wieder nach so einem Baum. Ja. Bin doch gerade erst weggelaufen. Hier. Bist du so ein Baum? Und meine Axt ist gleich kaputt. Ja, weiß ich nicht. Sonst hätte ich hier oben einen mitgebracht. Ich bin hier schneller da oben, hab den weggehackt, als du... Nee, hab ich hier. Holtscheid. Okay. Ich nehm mal am besten Bäder mit. Haben ist besser als brauchen. Hat schon ein großer Mann gesagt. Der Leischammer... Nehm... Ajo... Möber. Sai... Saiomöber. Hier liegt ein... Ne... Hab ich auf eins. Okay. Ne... Ne... Fokusnuss. Schade. Flusslegen kann man jetzt hier drin machen. Nein, ist meine Axt kaputt gegangen. Ach schade. Die war so schön. Wie geht's mir denn? Braucht man Kohlenhydrate. Ist das Kohlenhydrate? Kokosnussschale. Ähm... Wird's so haben noch einen? Ich hab noch eine halbe Kokosnuss. Ähm... Was bringt die? Bringt die mir rechts oben die Kohlenhydrate? Äh, ja. Ein bisschen. Fünf. Ja, nehm ich. Nehm ich. Und... Das gibt 16 Kohlenhydrate. So viel Leih. Ja, aber... Ne, was ist das oben? Die Nuss ist fett. Die Nuss ist fett. Hm? Warte. Was ist denn auf der Uhr oben rechts das Gelbe? Links unten ist Fett, gell? Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Okay, da muss ich die Kokosnuss jetzt essen. Steht ja auch da. Wie wollen denn jetzt hier Flusslehm machen? Aber man kann die sammeln, die unbekannten Früchte? Warte, warte mal, ich reiß die mal auf. Da muss man sich mit den Schalen essen. Ach. Du lustiger Typ. Da kommen Sachen bei raus. Ist das das? Hm. Was denn? Weiß ich nicht. Wo kamen denn da raus? Weiß ich nicht. Ich hab das Gefühl, dass diese roten, unbekannten Kräuter rauskamen. Unbekannte Samen kamen da. Samen? Ja. Burs. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Dings fertig. Wie macht man denn den Flusslehm jetzt? Rechtsklick. Hier, Rechtsklick am Rufau und Lehm nehmen. Genau. Und dann trägst du das und... Reinstecken. Guck mal weg. Jetzt müssen wir in der Mitte Lagerfeuer laschen. Jetzt brauchen wir Kohle vom Feuer. Hat man nicht hier ein Feuerchen? Ja, da ist ein Feuer. Der war ein Feuer, würde ich sagen, oder? Da, Kohle. Hab ich Kohle. Da, da, da. Hab ich alles. Ich pack's rein. Und dann müssen wir Wasser draufkippen mit diesen Bitten. Hier. Guck mal, es regnet schon zu. Guck mal. Der Regen macht's nass. Musst nicht mal Wasser hin. Siehst du das? Dreh dich mal um. Aha. Achso, muss nass gewacht werden. Achso. Mhm. Jetzt entstehen gleich Ziegel. Die nehmen wir mit. Lehmmischer benutzen. Steht bei mir. Jetzt muss man Glut herstellen. Okay, was auf. Ich mach jetzt ein Glut da rein. Achso. Hahaha. Nicht bei offenem Regen, oder? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich kann hier irgendwas machen. Ach, ich hab irgendwas am Arm seh grad. Ah ja, gut zu wissen. Ich hab jetzt den Mischer gemischt. Ja, ist gut. Jetzt haben wir Liegen Ziegelstein. Ach, hast du schon gemacht. Okay. Und jetzt können wir die mitnehmen. Der ist ja nicht klein. Nö. Und du bist? Oh, ne Kackwurst in der Hand. Willst du ein Foto machen? Ja, warte mal. Hat er den? Muss ich mich nicht? So? Guck mal, da kommt das Licht. Tatsächlich gehst du dann unter. Dreh dich mal um, bitte. Ja, okay. Okay, du jetzt. Die Mega-Kackwurst. Gehnt er? Auf zu gehen, du Kerl. Alles nur am. Ich muss mich untersuchen, du. Untersuch dich mal. Du musst noch ein paar Skidshots machen. Gibt's so geil aus. Wie so ein... Oh, ich penne gleich ein. Ich penne gleich ein, Diggi. Warte mal. Schnell noch wachen. Warte mal. Bist du noch wach einigermaßen? Warte mal, ich ziehe mir jetzt so einen orangenen Pilz rein. Das müsste reichen, um nach hoch zu kommen. Essen. Oh, die gelben Pilze geben übrigens auch fünf Kohlehydrate. Ah. Ich nehme Orangenen Pilz. Ich werde nicht wesentlich wacher. Ich bin mal auf dem Weg, ja? Ja, ich nehme das. Ja, ich auch. Können wir da nämlich einen Ofen machen, oder? So einen Lehmofen. Können wir nämlich Kohle raus machen. Ist gut gehe zur Desinfektion, glaube ich auch. Oder? War das Kohle? Oder war das für einen Magen? Also wenn, denn ist es ja für einen Magen. Für einen Magen im wahren Leben, ja. Wenn das die Kohle ist, die man so... Was wollen wir denn jetzt machen? Achso, hier ist schon wieder so ein Typ. Ein Lehmofen. Oh nein, 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 nein. Was ist, ist er schon wieder da? Ist auch eine Tabakpflanze rechts von uns, sehe ich gerade. Ich komme, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Du musst... Willst du meinen Speer haben? Nee, ich habe... Oh, ich laufe einen hinter dir. Ich bin eingepennt. Na gut, lass mich liegen. Kämpfe erst mal. Wo bist du denn da? Der hat nur einen Bogen, der ist jetzt... Ich sehe ihn halt nicht. Außerdem ist er jetzt wieder festgepackt. Jetzt kriegen wir... In aller Ruhe... Nee, doch nicht. Okay, dann mache ich jetzt den Lehmofen, den Ziegelofen da. Oh, ich habe schon wieder irgendwelche Egel irgendwo. Ich habe meinen Speer wieder, Mann. Ich habe deinen Speer nicht, nein. Nein, der Typ. Achso. Der Wacherjäger. Ich will den jetzt aber nicht. Uh, den muss man, den kann man... Den muss man, glaube ich, nicht hier unten drunter machen. Genau, den kann man draußen setzen. So. Können wir die Kackwurst rein... Oh, da sind aber... Ah, nee, doch nicht. Noch einen. Noch einen. Und ich bin durstig. Warte mal, haben wir was zu trinken hier? Achso, nee. Sauber. Ich brauche so ein Melonia-Blatt. Hat das... Melonia, ich brauche ein Blatt. Ich muss den Bitten auffüllen. Und mich waschen. Hier, ich höre was. Ich glaube, hier ist noch ein Außerirdischer. Ich habe gerade... Ich bin gerade aufgestoßen. Vielleicht meinst du das? Nee. Ich mache mir mal einen kurzen Verband. Ich höre so Action-Musik, als wäre er ein Eingeborener. Das meine ich nicht, Außerirdischer. Wir müssen mal die Stelle markieren. Oh, da ist irgendein... Ein Tabakverband. Ja, ein Tabakverband, Mann. Das ist gut, zur Desinfektion. Ich habe irgendwie Seerosenblätter mitgenommen. Ich weiß nicht, wozu die Nummer sind, die Seerosenblätter. Ich muss mich waschen jetzt. Ja, und ich muss mich auch behandeln. Hast du Tabak? Also kannst du mir so einen Verband machen? Ja, ich brauche nur noch mal... Ach nee, ich habe auch noch Blätter. Ja, kann ich machen. Okay, bitte. Machen wir mal so einen Verband. Ach nee. Gut, ich mache erst mal einen Verband. So, Tabak gucken wir gleich. Ich schlafe ein übrigens. Oh. Ich laufe jetzt am Rand entlang zu dir. Wollen wir jetzt bitte vielleicht eine Tabakpflanze? Also direkt neben dem Camp ist eine. Lila, genau. Lila Blüten. Nee, das sind unbekannte Kräuter. Unbekannte Kräuter und ein... Da liegt auf jeden Fall und heißt ja. Da bist du. Ja, die da. Sind das unbekannte? Okay, ich dachte... Das waren unbekannte Kräuter, ja. Ich schlafe gleich ein. Mit der Kackwurst in der Hand. Auf die Kackwurst aus dem Kopf gießen. Oh, ich habe erst mal weit getrunken. Kannst du mir? Ich habe noch einen Egel abgenommen. Hast du gerade aus mir getrunken? Ich bin die Schale leer. Hilfe, jetzt. Jetzt. Guten Morgen. Kann ich mich gleich wieder waschen. Ist hier noch irgendwo Wasser drin? Hier. Wir müssen waschen. Jetzt müssen wir hier ein Feuer einstellen oder was? Ja. Mach, dann packe ich meins noch rein, dann gehe ich mich runter waschen. Geht's nicht? Nee. Na, ist das... Drehen, guck mal. Nee. Aber da ist doch ein... Das ist doch ein Symbol. Kann man da vielleicht Hölzer einfach draufziehen? Ja, du. Guck mal. Du musst einfach nur die Stöcke reinmachen. Die Stöcke. Einfach mit Alt auf das Ding raufziehen. So, ich habe so ein kleines Ding gemacht. Ach so, ich habe noch ein paar mehr. So. Aber hier liegt ja auch... ...unmengen rum. Ich finde ja auch... ...mein Inventar ist ja ständig voll, was... ...was Stöcke angeht. ...was Stöcke angeht. Ich habe das gerade noch mal gesammelt. Und jetzt finde ich wieder keine mehr, ne? Geh bei mir in meine Richtung. Ja. Und ich weiß nicht, kann man die Blätter nicht vielleicht auch verbrennen? Oh, ein Stein klingelt immer noch. Müsst du mir ja wieder eine Axt machen, fällt mir dabei ein. Boah, das gibt doch mal ein richtiges... Ach, das ist ein Köhlerofen. Deswegen sagen die, machen Kohle drin. Weil die Menge an Holz, die du da gerade reinballerst. Ich penne übrigens gleich wieder ein. Weißt du was? Ich schlafe jetzt mit... Ja, mach doch. ...mit Egeln oder was anderes. Ach, da hast du mir einen Verband gemacht. Dann würde ich das gerne noch freuen. Ich habe nur einen normalen Verband. Musst du erst mal den nehmen. Und lass mir mal erst mal einen Egel abhangen. Ja, mach mal. Oh. Dann liegt dir einen normalen Verband hier erst mal hin. Aber ich gucke erst mal, wo einer dran ist. Nee, 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 ist weg, ist weg. Das war ein Egel. Alles klar, kein Thema. So, jetzt nehme ich hier den Stab auseinander, ne? Ich bin durstig. Immer noch nicht voll, das Ding, ne? Hinterm Zelt liegen noch welche, ne? Ich habe noch ein paar mehr. Warte, ich habe noch ein paar. Oh, ich bin eingeschlafen. Oh Gott, liege ich im Feuer? Ach du scheiße, knusprige Füße. Knusprige Füße. Nee, liege ich im Feuer. Danke, weck mich auf. So. Apfelschnecke ist verbrannt. Nein. Ja, ich habe noch. So, ich habe noch. Jetzt muss es auf jeden Fall reichen. Hier kommt noch eh ein Ziegel. Kommt noch rein. Okay, pass auf. Das ist, nee, schaffe ich, nee, wenn ich. Muss mich eh waschen noch. Ich lege mich hin. Ja. Ich würde sagen. Ist schon wieder soweit. Meine Damen, oh wow, 26 Minuten. Ja. Herzlichen Dank für das Zuschauen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Und ich wünsche mir einen netten Kommentar unter dieser Folge. Daumen hoch, wenn es denn so ist. Bis dahin, herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.